Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Mavi Linda. Heute, ich will sie erstmal Gehennägel machen, Leute. Ähm, und ihr kommt mit. Ich habe ein bisschen Angst. Also ich habe vorhin noch nie Gehennägel gemacht, weil ich meinte, meine Nägel sind danach so Schrott und kaputt. Ähm, ich habe jetzt immer Schellack drauf. Also das ist gerade Schellack und meine echten Nägel. Und ich weiß halt nicht, das hält nicht mehr so gut bei mir. Der hier bricht immer ab, auf beiden Seiten. Und das blättert halt auch mal voll schnell ab. Vor allem hier in meinem Daumen. Guck mal, wie das abgewertet ist. Das sieht richtig eklig aus. Und jetzt dachte ich mir, könnte ich ja mal Gel ausprobieren, weil ich war auch in einem Nagelstudio in Deutschland letztens. Und ich meinte auch, dass Gel noch besser wäre für die Nägel. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich weiß, weil das Acryl jetzt nicht so gut ist. Deshalb dachte ich mir, ich mache kein Acryl, sondern ein Gel erstmal. So, also bei einem Mal kann ja nicht viel passieren. Und ich dachte mir, ich mache nicht so lange Nägel. Ich mache einfach so weißes French mit so ein bisschen Pinky unten drunter. Weil wenn ich so ganz lang mache, dann kann ich auch nicht mehr Touren gehen. Dann habe ich da so Krallen und dann kann ich nichts mehr anfassen. Und ja, ich habe gleich einen Termin. Wir haben gerade 20 vor 10. Und ich muss um 10 da sein, deshalb brauche ich mich ein bisschen beeilen. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie ich so dachte, dass ich die Länge mache. Ich sehe mal auf Pinterest, da habe ich lange Nägel. Das habe ich jetzt auch auf Pinterest gefunden und guckt. Also das ist jetzt so die Länge, die ich machen will. Ähm, weil ich das Design mache ich immer ein bisschen anders, immer ein bisschen mehr rosa. Und ich habe erst überlegt, so Weihnachtsnägel zu machen mit so Schneeflocken drauf oder so. Aber dann habe ich überlegt und dann war ich so, nee, das ist so extrem kitschig, Mavi, das machst du nicht. Das mache ich jetzt doch einfach so ein Basic Design. Okay, ich muss jetzt mal fertig machen. Also ich muss meine Tasche noch nehmen und dann muss ich los. Dies ist mein Outfit. Ich habe einfach hier den Strickpulli an mit der Jogginghose. Ich habe jetzt ja auf meiner Achse gleich an, dann kann ich mir die Kuschelsocken anlassen. Deshalb fahre ich gleich eben schnell da hin und ich nehme mich auf jeden Fall mit. Und dann werden wir mal sehen, wie wir diese Nägel hier retten können. Aber guck mal, wie die jetzt aussehen. Baaah. Ich brauche meine Tasche. Ähm, ich versuche auf jeden Fall alles mitzufilmen. Nur manche ist ein bisschen schwierig, wenn ich so eine Hand unter dieser Lampe und eine Hand wird gerade so gemacht. Und dann weiß ich nie, wie ich filmen soll. Aber die Robi hat auch ein neues Nagelstudio aus. Also da war ich noch nie. Weil ich war immer erst bei einer, die hat nur Schallack gemacht und dann war ich in so einem anderen Nagelstudio. Die haben auch Schallack gemacht und jetzt wollte ich gehe bei einem anderen Nagelstudio ausprobieren. Und ich merke mich, wenn ich da bin, Leute. Mein Gott, wisst ihr, was ich fast vergessen hätte, mein Bodyspray. So geht's nicht. Ist fast leer. Ich muss dringend neu kaufen. Vamos! Das, was ich mir jetzt auch überlegt habe, ich habe erst überlegt, mir so selber so Gell-X-Extensions zu kaufen für die Nähegehalte. So Tipps, die man draufkleben kann. Dann so eine UV-Lampe und so. Aber ich mir da ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt und dann habe ich mir doch so gesagt, Mavi, du machst das einmal und dann nie wieder. Deshalb meine ich es lieber bei jemandem, der es auch kann. Ich switche gerade auf mein Handy jetzt, weil mir ist ein bisschen peinlich mit meiner Kamera da rumzulaufen. Nagelstudio ist jetzt da. Das zeige ich euch auch mal, wie vor, Leute. Wartet, ich tue mal um. So sieht es vorher aus. Ich gehe jetzt mal rein. Ich habe echt Angst, dass es nicht gut wird. Ich bin gespannt, ob ich danach so richtige Krallen habe oder ob es gut wird. Wir werden es sehen, Leute. Dann ging es auch schon los und zuerst wurde mir hier der alte Schalltag abgemacht. Ich war so froh, als es endlich mal runterkam. Weil die Nägel sind an so vielen Stellen schon eingerissen gewesen. So sehen die dann aus, ohne irgendwas drauf. Und dann wurden die aber komplett abgeschnitten. Für Schalltag habe ich mal versucht, die so lang zu lassen wie möglich. Und dann hier noch schön Pfeilen. Die haben bestimmt 100 Millionen verschiedene Pfeilen benutzt. Ich kann euch da ja nicht genau sagen, für was welche ist. Und dann wurde der Nagel hier so ein bisschen abgefräst, wieder mit diesem Gerät. Und dann wurde einfach meine ganze Nagelhaut abgeschnitten. So weit habe ich noch nie meine Nagelhaut abgeschnitten. Ich dachte, Hilfe, was passiert denn jetzt? Und dann wurden mir diese Krallen hier drauf gesetzt. Ich habe erst mal ein bisschen Angst bekommen, weil ich dachte, die machen das mit diesem Plastiktipp. Aber die meinten, so wäre es besser und so wird es länger halten. Ja, es hat ein bisschen lange gedauert. Aber das Gel musste dann drauf gemacht werden. Und dann wurde es einfach auf diesem Papier da, so ein Stickerpapier verteilt. Und guck mal, wie lang das war. Das habe ich dann auch gekürzt. Aber so lang fand ich es jetzt eigentlich auch ganz cool, wenn ich es nochmal so sehe. Und dann haben die das mit so einem Schwitzpapier da das abgemacht, damit der schön sauber ist. Und dann kam der Unterlag drauf. Einfach so ein naturell rosa. Und dann musste ich das unter die Lampe halten. Und danach haben die hier mit weiß was drauf gepinselt. Und ich habe früher immer so oft versucht, mir French selber zu machen. Das hat nie funktioniert. Und dann war ich fertig. Leute, ich bin fertig. Nach zwei Stunden. Weil das hat so lange gedauert. Aber so sieht es aus. Wie es sehen. Also ich habe da so French. Und ich wollte eigentlich ein bisschen mehr rosa. Aber das war die einzige Farbe, die irgendwie so drankommt. Das ist ein anderes Bild, was ich gezeigt habe. Hier auch. Aber ich finde es schön geworden. Ich habe es nicht ganz so lange gemacht. Und ja, ich finde es sehr schön. Nur es hat etwas lange gedauert. Ich update euch mal in den nächsten Mavi-Ländern. Wie lange die halten. Und wie sie dann aussehen. Und wie es rausgewachsen aussieht. Und ich habe gemerkt, man kann es damit nicht kratzen. Weil die gar nicht spitz sind. So, ich habe jetzt schon Mittag gegessen. Ich habe Pfannkuchen. So lange keinen Pfannkuchen mehr gegessen. Also ich habe mir da immer Nutella drauf. Und jetzt wollte ich ein bisschen Sport machen. Ich gehe jetzt eine Runde raus. Weil es ist voll schön in der Sonne. Ich muss mir jetzt erstmal hier ein Sport-Auffett raussuchen. Weil gerade sehe ich noch nicht so sportlich aussehen. Mit einer Jogginghose und dem fetten Puddy. Und deshalb gucke ich jetzt mal, was ich anziehe. Aber mein Schrank, Leute, er ist so schlimm. Das ist Horror. Guck mal bitte, wie das aussieht. Ich muss das dringend mal aufräumen. Hier wird es noch schlimmer. Ich schaue mal. Nee, kurze Hose ist, glaube ich, zu kalt. Ich habe was. Okay, drei, zwei, eins. Das ist jetzt mein Outfit. Das ist bei uns von Gymshark. Das passt auch zum Herbstesbrauen. Ich habe meine Haare hochgemacht. Und jetzt gehe ich los. Ich habe Steaks für die Kätzchen. Lecker. Barbecue. Guck mal, wie schön das Meer. Das liebe ich an Mallorca. Es ist fast Weihnachten. Und es ist einfach noch so schönes Wetter. Guck mal, hier ist so eine Kolonie von Straßenkerzchen. Die sind alle so süß. Hallo. Ja, Knabberstangis. Ja, wer ist erst da? Hier, für dich. Oh, hier guck mal, wie schön die aussieht. Die ist so bunt wie Linda. Hallo. Mowsi. Aufpassen meinen guten Nägeln jetzt, Leute. Ich habe immer Angst, dass sie abbrechen. Ich bin zurück und ich habe mir jetzt Kiwi gemacht. Ich liebe es mal so, die geile Kiwis sind gelb und schmecken viel besser als die deutschen Kiwis. Und ich muss ein bisschen was für die Schule machen. Ich muss jetzt noch Geschichte lernen. Da freue ich mich. Und dann richtig in der Kooperation. Und ja, ich habe jetzt für endlich mal hier den Vlog, wenn man hier was Produktives gleich machen kann. Und ich gebe euch auch ein Update immer, wie meine Nägel sind. Also gerade sieht sie noch schön aus. Schaut auf mich, dass ich nicht wieder am ersten Tag koordiniert habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob irgendjemand von euch dieses Set hat, wo man die Gen-Nägel selber machen kann zu Hause. Ob das funktioniert. Weil ich überlege immer noch. Und ob es lange dauert, bitte. Abonniert mal gerne meinen Kanal, Leute. Dann verpasst ihr kein Mal wieder mehr. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Adios.